Hallo liebe Zuschauer, Sie haben es gemerkt, vielleicht, und wir machen unsere erste Sendung immer in Englisch, weil ja wir Deutschland quasi aufgegeben haben. Wir sagen, Deutschland ist schon tot, weiß es noch nicht. Europa geht, wenn es Deutschland nicht rauswirft aus der EU möglicherweise zugrunde. Denn schauen wir uns an, Deutschland hat seit den Anfängen des Zweiten Weltkrieges nichts Wichtiges mehr erforscht, nichts Wichtiges mehr entwickelt und die Tatsache, dass die besten Wissenschaftler, also die nextscientistsforfuture.de zufällig aus Deutschland und Österreich stammen. Das rettet das Ganze nicht, denn es braucht ja auch die intelligenten Politiker und die intelligente Gesellschaft, die verstehen kann, dass die nextscientistsforfuture die 20 entscheidenden Reformen für die beste Menschheitszukunft und Zukunft von Europa und Deutschland haben. Also deswegen versuchen wir mit der Sprache Englisch zu gucken. Gibt es auf der Welt noch sozusagen noch klügere Menschen, weil in Deutschland ist die durchschnittliche Intelligenz, die Gehirngröße einfach zu klein. Ich habe es ja in den letzten Sendungen erklärt, aufgrund welcher Faktoren. Ja, also deswegen findet die Hauptsache immer in Englisch statt. Und jetzt mal schnell so ein bisschen was in Deutsch. Ja, nachher mit diesen Tagesthemen. Ja, wo haben wir es mit diesen Tagesthemen nachher. Aber wichtig ist erst einmal unser Tagesbild. Und da machen wir eben, achso, die Kurznachrichten. Aber ich glaube, ich beginne heute einfach mal. Ja, komm. So, ich glaube, so kann man mit dem Bild ganz gut leben. Ja, nö, machen wir es doch noch ein bisschen. Bisschen so. Die Füßchen müssen wir ja nicht unbedingt sehen. Ne? So, so ist das Bild auch ganz gut. Aber ich mache erst mal das, was so an Kommentaren reingekommen ist. Auch gerade zu der Aussage hier, Europa muss Deutschland rausschmeißen. Denn Deutschland, ja, wir sehen es ja, Deutschland isoliert sich total. Das einzige Land, das bereit ist, Flüchtlinge aufzunehmen in ganz Europa, ist Deutschland. Und alle anderen wollen das nicht. Und was das bedeutet, ja, wenn Deutschland Flüchtlinge reinholt, die haben ja dann Zugang zu allen europäischen Ländern. Die gehören ja also, ja, zu dem ganzen Pool. Und irgendwann werden sich das die anderen europäischen Staaten nicht mehr gefallen lassen. Und werden entweder wie England austreten. Die, das ist ja das, Großbritannien hat es ja das einzige Richtige gemacht. Raus, weg von den Deutschen. Und entweder machen das dann Ungarn und Österreich und so weiter auch. Oder wenn sie clever sind, bitten sie Deutschland auszutreten. Na? Denn dann haben wir das Problem weg in Europa, den Patienten, den schweren Patienten in Europa. Ja, und da haben wir, also es sei denn jetzt, wenn jetzt mir jemand sagen würde, vielleicht in einem Kommentar, dass Frau Merkel heimlich alle die Leute, die jetzt nach Deutschland geholt werden soll, mit Intelligenz-Test testet und dann also nur die hochbegabten Kinder, die dann wirklich einen guten Beruf erlernen können, nach Europa holt. Ja, dann kann man darüber reden, ja. Aber ich fürchte, da werden keine Intelligenz-Tests gemacht. Es werden keine Qualifikationstests gemacht und so weiter. Sondern es wird einfach die Tür aufgemacht, komme, wer will. Ja, so ungefähr. Und ob die Familien, ob diese Kinder, die in den Familien sind, ein IQ von 80 haben oder von 180, das ist uns völlig egal. Wir füttern auch die mit einem IQ von 80 durch auf Kosten der europäischen Restbevölkerung. Ja. Ja. Und das ist eben sozusagen, ja. In Deutschland sind die Gehirne so klein geworden, dass lauter so Irrwege, dass lauter solche Irrwege und viele andere gegangen werden. Und wahrscheinlich war der größte Fehler, dass der Mann mit dem kleinen Gehirn, der Adolf Hitler, die jüdisch-deutsche, wissenschaftliche und technische Intelligenz Deutschlands getötet oder vertrieben hat. Und seit da in dem Moment ist wahrscheinlich die Gehirngröße in Deutschland, leider gibt es ja da keine Messungen für und auch die IQs sind so ein Problem. Also der Intelligenzquotient wird ja immer geeicht auf den Durchschnitt einer Bevölkerung und der durchschnittliche Mensch kriegt 100. Aber was jetzt, also wie jetzt tatsächlich die durchschnittliche Intelligenz schlagartig niedriger wurde durch die Austreibung der jüdisch-deutschen Intelligenz, das ist jetzt wohl nicht mehr festzustellen. Ich bin aber ziemlich sicher, dass es genau so war. Das muss nämlich so sein. Wenn man intelligente Deutschjuden raustreibt oder umbringt, dann geht der Durchschnitt in Richtung Adolf Hitler, nämlich in Richtung Dummheit. Und das hat uns wohl neben vielen anderen Faktoren das Genick gebrochen. Aber jetzt hier, was hat also jemand dazu geschrieben? Ich muss Ihnen leider zustimmen. Ich bin Deutscher, aber ich bin der Meinung, dass Deutschland der Grabstein Europas ist. Warum die nördlichen EU-Länder nicht schon lang aus diesem Mehr-als-Krankensystem ausgestiegen sind, verstehe ich sowieso nicht. Ja, das bestätigt nochmal. Also das zeigt mir, wir haben schon auch kluge Zuhörer hier. Auch hier in Deutschland gibt es noch kluge Leute. Aber eben leider nicht genug. Es tut sich nicht so viel, wie sich tun sollte. Ja. Mal gucken. Vielleicht gibt es ja im Rest der Welt unter den englisch sprechenden Leuten noch Leute, die klug genug sind. Aber kann auch sein, dass es gar nicht geht. Ich habe schon seit Jahrzehnten sagen wir, es kann sein, dass das ein grundsätzliches Problem ist. Dass das Gehirn der Menschheit, auch die größten Gehirne der Menschheit oder auch große Gehirne, ja, die größten Gehirne der Menschheit, also mindestens die über 20 Professoren und Doktoren des Weltrates beziehungsweise der Next Scientist for Future, deren Gehirne waren groß genug, die Lösung zu erkennen und das Problem und die Lösung zu erkennen. Aber es scheint eben so zu sein, dass das nur die allergrößten Gehirne schaffen und die anderen mit etwas kleineren Gehirnen schaffen schon gar nichts mehr, kriegen gar nichts mehr hin. Können das auch nicht verstehen offensichtlich. Und so erreichen wir, bis jetzt haben wir im deutschsprachigen Raum noch nicht, wir haben diese eine Partei erreicht, hoffen immer noch drauf, aber im Prinzip scheitern wir überall an den Gehirnen, ja. Also Fridays for Future, junge Schüler, die noch nie was gelernt haben, die aber meinen, sie wüssten alles und wären die absoluten Genies und könnten alles beurteilen. Also diese sozusagen Selbstüberschätzungsirrtung, ja. Ja, da laufen sie gegen eine Wand. Die wissen alles, die wissen alles und die wissen alles, dass die besten Professoren der Welt das nicht können und keine Lösung haben. Und das wissen die alles, ja. So, dann haben wir hier, das ist eine Zusammenfassung, das ist für Sie auch nochmal interessant, eine Zusammenfassung eines Textes über unseren Auftritt beim Corona-Ausschuss, Sitzung 12, ab 1 Stunde 47 22. Die wichtigste Sache überhaupt, wenn es um Corona-Nachdenklichkeit und neues Gesellschaftssystem geht, die wichtigste Sendung, die überhaupt jemals im Internetfernsehen so immerhin fast 100.000 Leute bisher erreicht hat, ja. Bin mal gespannt, ob es noch mehrere weitere Veröffentlichungen geben wird. So, also, und da hat das jemand zusammengefasst und er hat wahrscheinlich den Professor Plopper, heißt er, glaube ich, zusammengefasst mit internationales, organisiertes Verbrechen. Schwierig. Das heißt ja, Plopper hat zumindest aus Sicht dieses Kommentators oder Kritikers sozusagen den Reichen und Mächtigen organisiertes Verbrechen unterstellt gegen die Menschheit. Schwierig. Das klingt mir zu sehr nach Verschwörungstheorie. Wir Naturwissenschaftler neigen eher dazu. Internationaler Großirrtum, Gefährlichkeitsüberschätzung im Rahmen der Impfindustrie und der Pharmaindustrie und so weiter. Und das führt zu gewaltigen Schädigungen der gesamten Menschheit, weil diese Gefährlichkeitsüberschätzung sozusagen, diese Gefährlichkeitsüberschätzung hat man in die Köpfe der gesamten Welt reingepflanzt, sodass die ganze Welt eine übertriebene, unrealistisch übertriebene Angst bekommen hat und aufgrund dieser Angst bereit war, alles kaputt zu machen, sozusagen nur um eben dieser übertriebenen Angst gerecht zu werden. Also, das klingt doch sehr verschwörungstheoretisch, was da, ja, internationales organisiertes Verbrechen im Verbund mit Konzern gekauften Politikern. Kann das nicht sein, dass einfach die Pharmakonzerne gut befreundet sind mit den Politikern, mit dem Herrn Spahn. Und wenn man gut befreundet ist, gleichen sich einfach die Irrtümer aneinander an. Man übernimmt auch die Irrtümer der Freunde teilweise. Und vielleicht sind die gar nicht bewusst gekauft worden, sondern das sind freundschaftliche Verbindungen, in denen Gefährlichkeitsüberschätzung Irrtümer weitergegeben werden. Und man vertraut halt den Freunden, mit denen man das ganze Jahr so über zusammensitzt. Deswegen brauchen wir ja die Wohlfühlstimme, damit die Bürger, die Politiker grundsätzlich gar kein Interesse mehr haben, mit Konzernen zusammenzusetzen, sondern eben sozusagen nur noch einen ganzen Tag darüber nachdenken, welche Berater müssen sie aus aller Welt holen, um für die Bürger Politik machen zu können, sie zu besseren Wohlfühlstimmen, Gesundheitsdaten, Langlebigkeitsdaten und Wirtschaftswunderdaten führt. Denn sonst wissen sie, dass ihre Karriere automatisch beendet sein wird in wenigen Jahren. Sie haben also nur noch bis zur nächsten Wahlzeit zu beweisen, dass sie besser regieren können als die Regierungen der anderen Bundesländer oder anderen Kommunen. Denn die Bürger werden dann die Daten haben durch die Wohlfühlstimme und diese Daten werden allen offen liegen und jeder kann sehen, welche Politiker den Bürgern schaden und welche den Bürgern wirklich nutzen. Und was meinen sie, wer wird noch eine Partei wählen, bei der bewiesen ist, dass sie zum Beispiel ein Bundesland in einem Bundesland den Bürgern geschadet hat? Warum sollen die Bürger so eine Partei nochmal wählen, wenn es andere Parteien gibt, die ihren Bürgern eher genutzt haben, als dass sie ihnen geschadet haben? Also das heißt, im Verbund mit konzerngekauften Politikern, das ist mir also auch wieder zu verschwörungstheoretisch, führen zu einem unerträglichen totalitären System, das ist auch wieder eine maßlose verschwörungstheoretische Übertreibung. Das ist einfach, wenn Menschen Angst haben davor, dass in Deutschland noch 900.000 Corona-Tote kommen könnten, wenn wir auch nur ein bisschen nachlassen in dieser Übervorsicht. Ja, wer solche Ängste hat, der stellt halt auch Regeln auf. Und das ist dann kein totalitäres System, sondern das ist dann quasi ein Gefährlichkeitsüberschätzungsirrtum. Aufgrund von freiem Markt und freier Arbeitsteilung entstehen solche Gefährlichkeitsüberschätzungen notwendig im gesamten Medizinsystem und im Pharmasystem notwendig, zwangsläufig. Und dass das dann sozusagen, dass wir dann gehorchen müssen, diesem Irrtum gehorchen müssen, ist einfach nur die Folge davon. Das ist nicht die Absicht, ein totalitäres System zu erzeugen, sondern das, was so scheint wie ein totalitäres System, ist nur die zwangsläufige Folge einer zu großen Angst. Denn stellen Sie sich vor, wir hätten jetzt wirklich die Pest in Deutschland und die Pest hätte auch noch die gleiche Wirkung auf unsere Körper wie damals. Ja, da würde sich doch jeder wünschen, dass man da durchgreift und irgendwie dafür sorgt, dass die Gefahren reduziert werden. Das Entscheidende ist nur, es ist halt keine Pest. Es ist wahrscheinlich Schweden und Weißrussland und die Kleinweißrusslands, also Kleinweißrussland bedeutet zum Beispiel Demos, wo niemand Abstand gehalten hat. Danach müsste es ja zu Massentoten kommen. Und wenn nach Demos nichts passiert, in Weißrussland nichts passiert, die sind glaube ich bei unter 800 Toten. Schweden ist noch, glaube ich, unter 6000 Corona Toten. Also Schweden hat schon viel zu viel Wirbel rund um Corona gemacht. Das war schon ein bisschen zu viel. Weißrussland hat gar nichts gemacht und die haben auch nur 800 Tote. Und das zeigt, ja, kräftige Grippe höchstens. Also wenn man Schweden nimmt, Hinweis für eine kräftige Grippe. Weißrussland wäre eher sogar der Hinweis für eine leichte Grippe. Also ich meine, sozusagen Schwere der Erkrankheit in der Liga einer schweren bis leichten Grippe. Ja, also das heißt, das ist mir zu verschwörungstheoretisch. Das bezieht sich aber auch für Herrn Plopper. Also vor eine Stunde 4722. Es handelt sich nicht mehr nur um grobe Fahrlässigkeit, sondern zumindest um bedingten Vorsatz. Ja, das kann man, kann man, man kann schon so weit gehen, wie das die Anwälte tun, dass sie vielleicht sagen, schon eine gute Zusammenfassung, denn mein Vorschlag grobe Fahrlässigkeit. Es kann schon auch mehr sein, weil irgendwie gar keine anderen Experten zu hören, das ist schon vielleicht wirklich bedingter Vorsatz. Aber gut, kann man drüber diskutieren. Aber mehr wahrscheinlich auch nicht, denn alles andere wäre dann wieder zu viel Verschwörungstheorie. Ja, und dann, das bezieht sich wohl auf uns, auf die nextscientistforfuture.de. Tödliche Fehlanreize. Umkehr eines Fehlanreizsystems in ein positives Anreizsystem ist dringend erforderlich. Ja, es ist vielleicht sogar noch krasser, als die Person hier schreibt. Ohne die Umkehr, also Umkehr der bisherigen Fehlanreizsysteme in positiv gelenkte Anreize, positive Anreizsysteme ist die einzige Chance, wie wir überhaupt noch mal ein glückliches und gesundes Leben kriegen. Ansonsten wird es einfach immer nur bergab gehen. Und wie gesagt, Deutschland, also wenn wir es nicht korrigieren, ist Deutschland eben jetzt schon tot und weiß es nur nicht. Ja, und Europas auch. Und dann werden wahrscheinlich irgendwann die USA oder China oder Indien, die werden Europa töten und erobern und dann selber besiedeln. Ja, weil wir nicht überlebensfähig sind. Zu dumm zum Überleben. Das ist nun mal so in der Evolution. Ja, und dann noch, ja, ach ja, hier haben wir noch die Tagesthemen für nachher kurz. Aber nur ganz so schnell wie möglich jetzt noch ein paar Kurznachrichten. Das Tagesbild habe ich ja schon gerichtet. Was habe ich hier noch? Mal kurz gucken hier. Übrigens schneller drehen. Unten rechts ist das Zahnrädchen. Viele Leute sind offensichtlich nicht in der Lage zu verstehen, wie man die Sendung so einstellt, dass sie vom Tempo her einem zu einem passt. Ja, und wir können bis zu zweifacher Geschwindigkeit schneller drehen. Rechts unten unter dem Video das Zahnrädchen. Ja, da hat auch jemand in einer Sendung die Wahrheit gesagt. Charles Darwin würde heute keinen Verleger mehr finden. Ja, weil wir sind schon, Deutschland ist so unintelligent geworden. Also England war ja 1859 ein hochintelligentes Land. Und da fand Darwin gerade noch so einen Verleger für seine Sachen. Heutzutage in Deutschland würde er es nicht mehr finden. Da würde man sagen, das ist ja ein bösartiger Biologist, dieser Charles Darwin und würde ihn gar nicht veröffentlichen, obwohl er der wichtigste Wahrheitsfinder der letzten 160 Jahre war. Und jetzt gibt es eigentlich nur eine Sache danach. Also Gregor Mendel war ja ungefähr zeitgleich, aber eigentlich gibt es seitdem gibt es nur eins. Alles, was seitdem kam, war Pseudowissenschaft. Und die einzigen echten Wissenschaftler nach Darwin sind eben Weltrat und NextScientistForFuture.de. Wie gesagt, das habe ich eben gewohnt. Das ist aber so wichtig. Ich wiederhole es nochmal. Ich nehme alles zurück, wenn Frau Merkel heimlich IQ-Tests von all denen machen lässt, die in Frage kommen, nach Deutschland geholt zu werden oder nach Europa geholt zu werden. Und wenn man dann nur die Hochleistungskinder und Familien holt, dann sage ich nichts, weil das schadet dann nicht. Denn Multikultur ist gut. Wenn Hochleistungskinder kommen aus aller Welt, das kann uns nur gut tun. Das frischt unsere Gene positiv auf. Aber was ist, wenn Kinder kommen mit einem IQ von 80? Dann senken die drastisch unseren IQ-Durchschnitt und schädigen unser Gengut durch schlechte Gene. Und deswegen, wir brauchen Multikulti teilweise. Aber bitte nur die klügsten aus aller Welt, von jedem Kontinent die klügsten. und bitte zu uns kommen. Mit denen werden wir auch keine Probleme haben, weil die sich dann hier eingliedern, sich in irgendwelche deutschen Liebespartner verlieben, mit denen Kinder haben und so weiter. Dann alles kein Problem. Ja, das habe ich gemacht. USA Nummer eins in der Technik. Europa ist immer noch mit den Next Scientists for Future immer noch die Nummer eins in der Wissenschaft. Oder wieder die Nummer eins in der Wissenschaft. Denn ist ja lang her. Gregor Mendel ist ja schon lang her. Und Charles Darwin und Alfred Russell Wallace waren in England. Also in Oxford und Großbritannien. Deutschland ist vorne. Aber es nützt ja nichts. Wenn man in der Wissenschaft spitze ist und die anderen zu kleine Gehirne haben, um die Spitzenwissenschaft zu verstehen, ist das völlig nutzlos. Während Technik Technik simpel ist. Technik ist simpel. Also ein iPhone kann jeder verstehen, auch mit dem IQ von 80. Und der kann sehen, dass das hübsch ist und so weiter. Ja, also Technik kann jeder auch mit den kleinsten Gehirnen verstehen. Aber Spitzenwissenschaft, da braucht es große Gehirne bei den Zuhörern. Und die haben wir zu wenig im deutschsprachigen Raum. Ja, also noch einmal zu Tilo Sarrazin, weil ja im Moment sehr viel über sein neues Buch gesprochen wird, ja. Und über all seine sechs Bücher seit 2010, seit Deutschland schafft sich ab. Tilo Sarrazin macht Stimmung, obwohl nicht klar ist, ob die Zuwanderer größere oder kleinere Hirne haben als der deutsche Durchschnitt. Ja, also wenn die Gehirne deutlich größer sind als beim deutschen Durchschnitt, dann muss man doch sagen, ja, dann freuen wir uns doch über Zuwanderung. Aber irgendwie macht er doch so Stimmung, als wäre jede Form der Einwanderung. Also das gibt jetzt auch noch die Wortunterscheidung zwischen Einwanderung und Zuwanderung. Also ein Einwanderungsland ist ein Land, das die Bewerber auf Herz und Nieren, auf ihre Leistungsfähigkeit hin testet. Und nur wenn sie überlegene Leistungsfähigkeiten oder Milliarden mitbringen oder ja, also dann werden sie überhaupt, lässt man sie einwandern. Und dann wird der Unterschied gemacht, Zuwanderer, das ist so, wo man es dem Zufall überlässt, wer kommt. Und das kann nämlich eben auch total in die Hose gehen. Ja, weil wie gesagt, was machen wir, wenn die Zuwanderer alle sehr kleine Gehirne haben, dann ist Europa bald kaputt. Endgültig kaputt. Ja, und wieder macht Deutschland also den Alleingang und isoliert sich jetzt ganz in Europa. Von der Leyen redet irgendwas von, ja, Europa muss stark werden. Ja, aber das ist, also wenn wir die 20 Reformen der Next Scientist for Future machen, brauchen wir Europa eigentlich gar nicht mehr. Und wenn wir aber die 20 Reformen nicht machen, dann sollten wir schleunigst die United States of Northern Europe und die United States of Southern Europe machen. Sollten darüber Volksabstimmungen machen, wer dazu gehört. Und wir müssten alle Englisch sprechen, wir müssen die Engländer wieder einladen, wir müssen die Schweizer bitten, mitzumachen und müssen sozusagen, ja, wobei wir können auch gleich, wenn das wirklich jemand will, die United States of Southern Europe und die United States of Northern Europe, kann man auch zusammenlassen, ja, sozusagen. Aber dann muss, da muss man alle Gewerkschaften abschaffen, kosten eh nur Geld und alle Mindestlöhne abschaffen und so weiter. Und dann muss man es in Italien und in Griechenland und in Spanien und Portugal wieder zum Standard machen, dass man auch für einen Cent pro Stunde bereit ist zu arbeiten, bis erst mal wieder was hat, was verkaufbar ist, ja. Also wenn, stellen wir uns vor, Fiat in Italien, ja. Und die Arbeiter würden für zwei Euro die Stunde arbeiten. Dann könnte Fiat die Verkaufspreise für Fiat senken und dann würde jeder auf der Welt Fiat kaufen, weil bei, wenn der Preis stimmt und das Preis-Leistungs-Verhältnis besser ist als bei Mercedes, naja, also oder bei VW, dann kaufe ich doch lieber ein Fiat, wenn der Spott billig ist, ist das doch ein Argument. Ja, aber wie sollen die, wie sollen die Italiener Fiat billig verkaufen? Wenn sie super hohe Löhne aufgrund von gewerkschaftlichen Tarifvereinbarungen zahlen müssen, dann kann doch Italien nie wieder richtig erfolgreich werden. Ja, also erlauben wir doch den Menschen, dass sie überall, führen wir doch das ein, was Professor Hans-Werner Sinn sagt, ein Mindesteinkommen, aber doch bitte keine Mindestlöhne. Das Mindesteinkommen wird vom Staat garantiert. Das ist unser Sozialstaat. Aber die Unternehmen, da ist die ganze Bandbreite von 1 Euro die Stunde bis zu 100 Euro die Stunde oder was auch immer, ist ja alles frei, muss alles frei sein. Mindesteinkommen wird vom Staat garantiert. Mindestlohn muss abgeschafft werden, ja, denn sonst erholen sich Griechenland und Dings nicht. Ja, denn jeder Grieche kann doch einen Job haben, wenn er nur 1 Cent pro Stunde verlangt. Dann wird es Investoren aus aller Welt geben, die nach Griechenland gehen und sagen, das ist ein Angebot. Wenn ihr mit 1 Cent pro Stunde anfängt, fangen wir an und dann können wir ja darüber reden, ob ihr, ihr könnt ja dann nach und nach ein bisschen mehr verlangen. Aber bitte jeder Einzelne verlangt dann mehr Lohn und nicht irgendeine Gewerkschaft, die dann wieder irgendwie es wieder übertreibt und dann verlassen die Investoren wieder, gehen wieder raus aus Griechenland und dann ist Griechenland wieder pleite. Also, ja, so, dann haben wir hier weitere Kurznachrichten. Deutschland mit den zu kleinen Gehirnen. Also wie gesagt, wir haben ja bei den Zuhörern, wir haben 100 Kommentare, bestimmt, bestimmt 100 Kommentare von Leuten mit sehr großen Gehirnen aus dem deutschsprachigen Bereich, die sich begeistert über das Konzept der NextScientistsForFuture.de geäußert haben. Aber leider ist von denen offensichtlich keiner, der wirklich großen Einfluss bis jetzt hatte. Ich hoffe auf den Doktor der Physik von der einen Partei, von wir 2020. Naja, aber bis jetzt wäre mal Zeit, dass wir mal langsam was hören. Aber vielleicht haben sich auch die Verschwörungstheoretik, aber wir 2020 durchgesetzt und machen jetzt ihr Ding und dann ist es halt vorbei. Denn mit Verschwörungstheoretikern können wir schlecht zusammenarbeiten. Deutschland mit den zu kleinen Gehirnen hat sich maximal isoliert in Europa. Ich habe es ja gestern erklärt, evolutionsbiologisch, das Stichwort in der Biologie heißt Verwandtenselektion und Altruismus. Ja, also wer Organismen hilft, die nicht die eigenen Gene und gedanklichen Programme tragen wie man selber, stirbt aus in der Evolution. Es überleben immer nur die, die anderen helfen, die die gleichen Gene und gleichen auch geistigen Programme tragen wie sie selbst. Und genau gegen dieses Naturgesetz der Biologie verstößt Deutschland. Denn anstatt nur darüber zu reden, Gutes zu tun, wollen die das offensichtlich wirklich tun. Wie gesagt, ich entschuldige mich, wenn wirklich hier alle Zuwanderer vorher auf hohe Intelligenz getestet werden, auf ganz richtig, mit richtig soliden Intelligenztests getestet werden, dann sage ich nichts. Dann müssten aber eigentlich doch alle Zuwanderer jetzt nach ein paar Jahren dann gut bezahlte Jobs haben. Denn Leute mit hoher Intelligenz lernen ruckzuck die Sprache und finden ruckzuck einen Job und erwerben ruckzuck hohe Qualifikationen. Ja, und wo sind sie? Wo sind die? Thilo Sarrazin behauptet, sie seien nicht da, sondern Fehlanzeige beim Stichwort hohe Qualifikationen und so weiter. Ja. Christian Felber und bedingungsloses Grundeinkommen waren wieder Themen, aber da gehe ich jetzt erst mal noch nicht drauf ein. Internet des Wissensmangels. Ja, also ich habe wieder, ich habe für sie wieder, auch gerade für die englische Sendung, wirklich 100 Sendungen durchgeklickt. Es ist zum Verzweifeln. Es ist alles dummes Zeug im Wesentlichen. Ja, ab und zu kommen ein paar Klugesetze, aber das war es dann. Alles ist sozusagen das, was ein Professor ja so ganz klar gesagt hat. Politik machen ohne biologisches Totalwissen, also ohne 30 Jahre Biologiestudium im Hintergrund ist fahrlässig, weil dann alles nicht funktioniert. Ja, aber so ist das und die Leute reden alle, eigentlich müsste es ein Gebot geben sozusagen. Das Gebot müsste heißen, ein moralisches Gebot kann man natürlich nicht als Zwang machen, geht ja nicht in einer freiheitlichen Gesellschaft. Das Gebot müsste lauten, 160 Jahre nach Charles Darwin und Alfred Russell Wallace und Gregor Mendel. Wer auch nur einen Satz formuliert, ohne sich zu beziehen auf die Evolutionsbiologie. Da weiß man dann, dass er keine Ahnung von irgendwas hat, weil er das wichtigste Naturgesetz, wir haben heute wieder gesprochen über das Naturgesetz der Gravitation, ja, Sir Isaac Newton, aber das wichtigste Naturgesetz aller Zeiten, das entdeckt wurde, hat Charles Darwin und Alfred Russell Wallace entdeckt, nämlich das Naturgesetz von Mutation und Selektion oder Variation und Selektion. Ja, aber ja und es ist grausam und ich muss mir das immer antun und muss diese ganzen inkompetenten Sendungen durchklicken. Ja, das ist richtig schmerzhaft. Ja, also das Internet des Wissensmangels und das Intelligenzmangels und ergänzen muss man der beleidigenden linkskriminellen Verfassungsfeinde und der rechtskriminellen Verfassungsfeinde. Die machen es dann so richtig schön noch, sich im Internet zu bewegen. Aber wir haben ja nur das Internetfernsehen, denn im öffentlich-rechtlichen Fernsehen ist ja eben auch, die großen Gehirne sind ja leider dort auch nicht mehr vertreten und kriegen keinen Zugang mehr. Es gibt so viele Menschen mit kleinen Gehirnen und Gurus mit kleinen Gehirnen. Ja, das ist nochmal interessant, das habe ich aber auch schon tausendmal gesagt. Ja, das sind lauter so Sendungen mit irgendwelchen Gurus. Ist ja klar, Menschen mit kleinen Gehirnen hören gerne Menschen zu, die ihnen die gleichen Dummheiten sagen, an die sie selber glauben. Und deswegen ist es klar, natürlich, da es sehr viele Menschen mit kleinen Gehirnen gibt. Gibt es auch sehr viele Gurus mit selber kleinen Gehirnen, die der gleichen Meinung sind, wie ihre Zuhörer mit den kleinen Gehirnen. Aber für mich ist es natürlich kaum erträglich, solche Sendungen hören zu müssen, um der Sorgfaltspflicht zu entsprechen. Ja. So, jetzt gucken wir mal. Ja, jetzt kommen, glaube ich, die Tagesthemen zum Schluss. Ich mache schon wieder viel zu lang. Ich werde versuchen, demnächst möglichst nur noch fünf Minuten für den deutschsprachigen Raum zu machen und meine ganze Energie auf den englischen Weltraum zu konzentrieren. Weltenraum. Schluck Wasser. So, dann schauen wir doch mal hier. Ja, die Irrtümer, das Dr. Markus Krall und ihre Gefährlichkeit. Und die weiteren Irrwege, Greta Thunberg und weitere, siehe unten. Ja. Was ist der Zentralfehler? Ja. Greta Thunberg und Markus Krall haben keine wirkliche Ahnung von, also Dr. Markus Krall hat so ein oberflächliches Pseudowissen von Charles Darwin und Alfred Russell Wallace. Aber da ist kein Tiefgang. Da fehlt jeder Tiefgang. Und was ist deswegen, was ist der zentrale Irrtum bei Greta Thunberg und Fridays for Future deswegen? Wo ist der zentrale Irrtum? Naja, ist ja ganz klar hier. Also ganz einfach. Nach dem Naturgesetz von Mutation und Selektion muss es unter den Bedingungen des freien Marktes nicht nur Wahrheitsträger geben, sondern es müssen auch erste Irrtümer auftauchen, zwangsläufig. Und unter Bedingungen von freiem Markt und freier Arbeitsteilung gibt es bestimmte Irrtümer, die sich plötzlich paradoxerweise als vorteilbringend erweisen. Also hier, wenn also hier ein Händler und Früharzt, ein Früharzt und Frühhändler, wenn der jetzt irgendwelche Dinge erzählt, die dazu führen, dass den Menschen ihr Glück geraubt wird, zum Beispiel Sexualität ist eklig und widerlich, ja, dann unterdrücken seine Zuhörer ihre Sexualität, werden verklemmt, erleiden einen Glücksmangel und werden kauf- und shoppingsüchtig. Und bei wem kaufen sie? Bei dem Händler. Und er verdient wahnsinnig viel Geld und kann hier zwei Kinder, drei Enkel, zwei Urenkel ernähren und wird der Vorfahre von Trostenwieler, Lauterbach und Aldi und Alnatura und wie sie alle heißen. Ja? Und die sind alle voll von diesen vorteilbringenden Irrtümern. Und zu diesen vorteilbringenden Irrtümern gesellen sich alle paar Jahre neue vorteilbringende Irrtümer. Und dann haben sie noch mehr Erfolg und werden Marktführer und so weiter, ja? Also dadurch ist die ganze Welt durchseucht mit vorteilbringenden Irrtümern, alle Gehirne durchseucht mit vorteilbringenden Irrtümern. Und deswegen, lieber Dr. Markus Krall, Sie sagen ja ganz richtig, also Dr. Markus Krall sagt ja ganz richtig, sozusagen ganz richtig, ja, wir müssen halt sowas ähnliches wie einen weltweiten Emissionshandel hinkriegen, damit eben CO2-Erzeugung einen Preis hat, einen teuren Preis hat. Ganz gut, richtig erkannt. Ist aber gar nicht schwer, sowas zu erkennen, ja? Oder Dr. Markus Krall sagt ganz richtig, wir müssen, damit wir endlich saubere Meere kriegen, müssen wir die Meere auf die Staaten der Erde aufteilen, sodass die dann privat besitzt von Staaten werden. Und dann wird jeder Staat alles dafür tun, dass niemand mehr seinen Meeresteil verschmutzt oder beschädigt oder überfischt oder was auch immer. Und dann wird dafür gesorgt, ja? Denn dann werden die, wenn dann irgendwie jemand an der Grenze des eigenen Meeres irgendwie Müll verklappt, dann wird man den, wird man den natürlich sozusagen, wird man da, da muss es dann eine UNO-Polizei geben, Meerespolizei, die dann also solche Sünder knallhart bestraft und super streng bestraft. Ja? Und dann haben wir saubere Meere. Innerhalb vielleicht weniger Jahre, ne? Aber was er eben nicht versteht ist, dass man auch nach dem Glück gucken muss. Ja? Dass man das freie Markt uns alle umbringt, weil der freie Markt quasi das Glück der Menschen nicht schützt. Er will ja, dass die Meere geschützt werden durch besitzmäßige Verteilung. Er will, dass, und das ist ja gut, dass es einen weltheiten Emissionshandel gibt, auch wenn er keine Idee hat, wie wir da hinkommen sollen. Ne? Aber er will nicht, dass die Wirtschaft aufhören muss. Ja? Er will, dass die Wirtschaft aufhören muss, Meere zu zerstören und die Luft zu zerstören. Das ist ja schon mal gut. Aber er will, er erkennt nicht, dass man auch was tun muss, um zu verhindern, dass weiterhin unser Glück und unsere Gesundheit zerstört werden. Da fehlt es ihm. Ja? Und deswegen ist, also er kann nicht erkennen, dass wir hier die, die Wohlfühlstimmen, Wohlfühlstimme, Gesundheitsdaten, Langlebigkeitsdaten, Wirtschaftswunderdaten und viele andere kleine Steuerelemente brauchen, um zu verhindern, dass die Wirtschaft unser Glück zerstört, unsere Gesundheit, unsere Langlebigkeit und letztendlich damit auch unsere Wirtschaftswunder zerstört. Denn, wenn die Leute alle krank werden, übergewichtig wie in den USA, dann geht die Volkswirtschaft nach unten. Ne? Dann geht's bergab mit der Volkswirtschaft und dann geht's auch bergab mit dem Wirtschaftswunder. Ja? Also deswegen, also es gibt kaum einen gefährlicheren Irrtum als den, den freien Markt noch freier werden zu lassen, anstatt ein planwirtschaftliches Schutzdach, also echte Planwirtschaft, keine Pseudo-Planwirtschaft, nichts Sowjetunion, genau das Gegenteil, echte Planwirtschaft, ein planwirtschaftliches Schutzdach durch Wohlfühlstimme, Gesundheitsdaten, Langlebigkeitsdaten, Wirtschaftswunderdaten und andere Steuerelemente, sozusagen zur Grundlage der Ermittlung von Verdienstzuschüssen und Verdienstzuschlägen zu machen. Und wer dann meiner Gesundheit nicht dient und meiner Langlebigkeit und meinem Glück nicht dient und zwar messbar gedient hat, der geht dann eben pleite. Der kriegt nämlich keine Verdienstzuschüsse. Ja? Und dann war's das mit ihm. Ja? Also das ist richtige, echte Planwirtschaft und das ist das Ende von freiem Markt und freier Arbeitsteilung. Ich könnte jetzt Millionen weitere Beispiele aufführen, aber ich bin es leid, habe ich schon so oft gemacht, offensichtlich kapieren es ja nicht viele, nicht genügend viele Leute, dass sozusagen, ich kann Millionen Beispiele machen, wie freier Markt und freie Arbeitsteilung grundsätzlich unser Leben immer zerstören muss. Geht nicht anders. Naturgesetz von Mutation und Selektion. Naturgesetz sagt, geht nicht anders, geht nur freier Markt und freie Arbeitsteilung beenden. Punkt. So, ich glaube, das war's mal wieder mit dieser wissenschaftlichen Tagesschau heute. Und wie gesagt, ich werde jetzt demnächst versuchen für Deutschland immer noch kürzer zu werden, weil Deutschland, glaube ich, ist schon tot und schafft das nicht. Ob im Rest der Welt irgendwo jemand ist, der das schafft, also irgendeine einflussreiche Persönlichkeit ist, das wird sich zeigen. Tschüssi, bis bald. Ich bin schon wieder viel zu lang geworden. Vor DJ Damage. . . Vielen Dank.